Weil wenn wir unserer Seele träumen, dann werden immer Thürden aufgehen. Und dass wir unserer Geiste in Führung sagen, sie sollen uns führen und uns Hinweise geben. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn jetzt ein Mensch merkt, er ist nicht in Frieden mit seiner Arbeit oder in seiner Beziehung aktuell, was empfiehlst du? Dass man sich überlegt, warum man nicht in Frieden ist. Also wenn man mit seiner Arbeit nicht in Frieden ist, dann hat es ja verschiedene Gründe. Also kann es verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Und wenn man zum Beispiel merkt, man folgt nicht seiner Seele. Also jeder Mensch, bevor er auf die Welt kommt, der wählt sich ja aus, in welche Familie er hineingeboren wird. Also gewisse Themen, die er lernen möchte, was er anderen Menschen mitgeben möchte. Also wir haben unseren Lebensweg, auch wenn der nicht jede Sekunde, nicht jeden Tag vorgibt. Aber wir haben so gewisse Stationen. Und wenn jetzt jemand merkt, er arbeitet irgendwo, was aber eigentlich überhaupt nicht das ist, was seine Seele möchte. Dass er sich dann fragt, ja was will ich wirklich? Und dass man dann den Mut hat, dem auch zu folgen. Weil wenn wir unserer Seele freuen, dann werden immer Thürden aufgehen. Weil das ist ja das, wo wir hinwollen und dann wird es immer Möglichkeiten geben, dass wir dahin kommen. Aber manchmal brauchen wir halt Mut. Gerade wenn, wenn man irgendwo, wenn man sein Leben lang einem nur das gemacht hat, was die Gesellschaft gesagt hat. Und irgendwann merkt man, das ist aber gar nicht das, was man selber möchte. Dann braucht es ja Mut, dass man sagt, ich will das nicht mehr und mache jetzt das, was für mich steht. Und unser Verstand, der will ja die Dinge kontrollieren und einordnen können. Aber manchmal, wenn wir uns entscheiden, etwas zu ändern, dann können wir nicht wissen, wie es dann genau weitergeht. Und manchmal wissen wir nur den nächsten Schritt und den übernächsten, aber schon nicht mehr. Und dass wir dann einfach darauf vertrauen, dass wir den auch gar nicht wissen müssen. Also wir müssen nicht immer den ganzen Weg wissen. Manchmal reicht es, wenn wir das Ziel wissen, auch wenn es nur ungefähr ist. und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und wenn wir beim nächsten Schritt, wenn wir da denken, ja vielleicht stinkt er doch nicht, dass wir ihn halt trotzdem machen. Weil, was andere sagen wir dann ja eh nicht. Und wir sind dann wenigstens in Bewegung. Und solange wir in Bewegung sind, kann sich etwas ändern. Und dass wir halt einfach unseren Verstand, dass wir nicht auf ihn hören, sondern auf unsere Seele, auf unser Herz. Und nur wenn wir auf das hören, können wir auch wirklich glücklich werden. Und unser Verstand, der ist schon gut, aber halt nicht, wenn er die Führung hat. Er kann uns helfen, dass wir das umsetzen, was unsere Seele macht. Aber unsere Seele sollte die Führung haben. Was würdest du jemanden raten, der sagt, ich bin unglücklich in meinem Beruf. Und ich weiß diesen Job, den will ich nicht, aber ich habe keine Ahnung, was ich stattdessen machen soll. Ich glaube nicht, dass man das allgemein sagen kann. Es kommt darauf an, es gibt Menschen. Es kommt halt darauf an, was man erwartet. Beispiel? Also, es gibt vielleicht Menschen, die haben die Vorstellung, ich habe jetzt diese Arbeitsstelle und sie stimmt für mich nicht mehr. Und ich warte jetzt, bis mir klar wird, was das Richtige für mich ist. Und dann verlasse ich die alte Arbeitsstelle. Weil ich habe da was Neues. Und das kann manchmal auch gehen. Aber manchmal können wir in dem Moment, wo wir noch im Alten drin sind, gar nicht das Neue sehen. Und dann müssen wir zuerst aus den alten Dingen raus. Und das macht halt viele Menschen Angst, weil sie dann in einer Ungewissheit sind. Aber wenn wir was Neues wollen, dann müssen wir alte Dinge. Und wir brauchen halt Zeit für uns alleine, also wo wir keine Überlagerungen von anderen Menschen haben, die mit ihren Vorstellungen, auch wenn sie es gut meinen, denken, sie würden wissen, was jetzt richtig ist. Also, dass wir Zeit für uns selber nehmen und zu uns selber zurückkommen. Und die Vorstellungen, die wir haben, so und so muss etwas sein, dass wir die loslassen. Sehr, sehr schön. Also, du sagst entweder, wenn der Mensch spürt, ich bin komplett falsch besetzt und die Seele sagt, ich muss da raus, dann ist das schon der erste Schritt, um bei sich selbst anzukommen und nicht die ganze Zeit von anderen Energien. Ja, und wenn du spürst, dass deine Seele sagt, das stimmt irgendwas mehr, dann hast du ja schon den ersten Schritt, dass du wieder bei dir selber ankommst, weil du spürst, das stimmt irgendwas mehr. Und was würdest du jemandem raten, der keine Arbeit hat und die ganze Zeit weiß, so einen Job habe ich ausprobiert, das macht keine Freude, da war ich nicht glücklich geworden. Und dabei da sitzt und denkt, die Seele spricht nicht zu ihm, also jemand, der vielleicht sehr rational ist und der wartet und wartet und wartet und sagt, ich weiß immer noch nicht, wer ich bin und was ich hier tun soll. Also, was würdest du diesen Menschen raten? Also, wenn wir auf der Suche nach uns selbst sind und wissen, woran wir wirklich sind, da sind wir unser Leben lang da. Niemand von uns weiß genau, wer wir sind, also auch ich nicht. Weil vollständig erkennen können wir ja nur, wenn wir vollständig bewusst sind, aber das ist niemand. Es ist gut, wenn wir das als Ziel haben, dass wir an keinem wollen mehr wirklich sind, aber dass wir uns nicht unter Druck setzen und die Erwartung haben, das muss jetzt irgendwie in diesem Jahr oder in diesem Leben sein. Und wenn man sich einfach fragt, was man, also wenn man merkt, dass man etwas tut, was eben nicht mit seiner Seele überall steht und man keine Ahnung hat, was man aber stattdessen tun will, dann kann man halt nur den nächstbesten Schritt machen. Auch wie man vielleicht weiß, das ist jetzt mit Sicherheit nicht die Lösung, aber es ist einfach das Nächstbeste, was mir in den Sinn kam. Und bei jedem Menschen ist das ja ein bisschen anders, aber es ist immer gut, wenn wir Zeit für uns selber haben. Wo wir Zeit haben, dass wir still sind und in der Ruhe sind. Weil unsere Seele, die ist ja nicht klar. Und dass wir unserer Geister in Führung sagen, sie sollen uns führen und uns Hinweise geben. Sie tun das so oder so, aber wenn wir sie bewusst in Hilfe geben, dann können sie noch mehr tun. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmandkewitsch.com. www.feyyaz.tv 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 Vielen Dank.